Für alle, die wenig Platz und viel unterzustellen haben, können kurz- und langfristig anmietbare externe Lagerräume die perfekte Lösung sein. Insbesondere in deutschen Ballungsgebieten steigt die Nachfrage nach flexiblen Lagereinheiten, bekannt unter dem Begriff Self-Storage. Im verkehrsgünstig gelegenen Hilden bei Düsseldorf entwickelt die Projektgesellschaft Grundstück Hilden MbH, ein Unternehmen der Smart-Up-Gruppe, einen Self-Storage-Park mit 239 Lagereinheiten. Das verantwortliche Management verfügt insgesamt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Projektentwicklung und hat sich auf den Bau von flexiblen Lagereinheiten spezialisiert. Auf dem komplett umzäunten Grundstück entstehen insgesamt ca. 7459 Quadratmeter Mietfläche. Die Abteile sind unterschiedlich groß und lassen sich je nach Bedarf individuell ausstatten. Mieter der Lagerräume können hier auch größere Fahrzeuge wie Wohnmobile und sogar Boote unterbringen, aber natürlich auch Möbel und Haushaltsgegenstände. Sie haben jederzeit Zugang zu ihrem persönlichen Self-Storage-Abteil. Zu dem durchdachten Sicherheitskonzept gehören eine Videoüberwachung rund um die Uhr sowie ein elektronisches Schließkonzept. Die Stadt Hilden gehört zum Kreis Mettmann, einem der wachstumsstärksten Ballungsräume Deutschlands und profitiert von ihrer Nähe zur nordrhein-westfälischen Landeshauptstadt Düsseldorf, einer der wichtigsten Wirtschaftsstandorte der Region. Durch ihre verkehrsgünstige Lage zwischen den Großstädten Düsseldorf, Wuppertal und Solingen gewinnt die Stadt insbesondere im Gewerbebereich zunehmend an Bedeutung. Der Projektstandort liegt direkt an der Bundesstraße B228 in einem Gewerbegebiet. Der Hauptbahnhof Düsseldorf sowie der Flughafen sind mit dem Auto in nur circa 25 Fahrminuten erreichbar. Über die im erweiterten Projektumfeld liegenden Autobahnen A3, A46 und A59 ist der Projektstandort gut an die gesamte Metropolregion Rhein-Ruhr angebunden. Hallo, mein Name ist Dominik Machau und gemeinsam mit meinem Partner Frank Papendorf bilde ich die Geschäftsführung der SmartUp Holding GmbH und der Projektgesellschaft Grundstück Hilden MbH. Unser Unternehmen ist auf die Entwicklung und den Bau von hochwertigen modularen Lager- und Gewerbeeinheiten in Großstadtnähe spezialisiert. Für unseren Lager- und Garagenpark in Hilden war uns neben einer hervorragenden Lage auch ein stimmiges Gesamtkonzept wichtig. Daher sind die Einheiten in unterschiedlichen Größen und Ausstattungen verfügbar. So können unsere Kunden die Einheiten völlig flexibel nutzen. Die sehr gute Vermietungssituation in unserem Projekt in Burgstadt zeigt uns, dass unser Konzept der modularen Lager- und Gewerbeeinheiten in Großstadtnähe voll aufgeht. Daher sind wir auch davon überzeugt, dass unser Projekt in Hilden zu 100% funktioniert. und wir sehen uns, dass unser Projekt in Hilden zu haben, dass unser Projekt in der Kommission aus dem Plan Falcon 2 schon immer eine Szene gespakat ist.